Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jäger, Krips, und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Staten sind mein Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das einfach Geld rum! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die USS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederpressiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Bist du als Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion im Loppe hindert! Es hat mich jeden nur als mitpicken Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle höhere Offiziere registrieren zu lassen wie Stalin! Ich war leer von der Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Vorne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Das ist aus! Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig, eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Not against against me mind to an Lets play it! Säle asse, war? Dann, passt auf den Kopf und schlagen? Vielen Dank.